In der Klosterbibliothek gibt es einen Schrank mit verbotenen Büchern, der fest verschlossen ist, um neugierige Blicke fernzuhalten. Und genau dort befindet sich ein Buch, von dem Bruder Nevelas glaubt, okay, das hatten wir schon. Ich muss nachts in die Bibliothek schleichen und ein arabisches Buch aus dem Schrank mit den verbotenen Büchern entwenden. Necronomicon. Also hier sind nur zwei, die ich nehmen kann, tatsächlich. Den Rest kann ich hier gar nicht anfassen. Oh, wir haben es geschafft. Ich habe mir schon gedacht, der schiebt Stress. Ein magischer Trank? Wegen des magischen Tranks aus dem verbotenen Buch. Was willst du damit anstellen? Weiß ich noch nicht. Eines Tages braue ich ihn und probiere ihn aus. Was für ein Trank, das ist keine gute Idee. Ja, verrätst du mir die Rezeptur, dann machen wir das auch und probieren ihn auch aus. Würdest du mir die Rezeptur verraten? Natürlich, ohne dich hätte ich sie schließlich nicht. Das klingt höchst... giftig. Ja, glaube ich auch. Du bist es bestimmt auch. Aber ich will wissen, wie es wirkt. Äh, würde es... Okay. Vielleicht kann ich den ja mal ausprobieren und irgendjemanden unterjubeln oder wir trinken den selbst. Auf jeden Fall. Hier ist eigentlich noch ein Buch. Und das finde ich sehr interessant. Necronomicon 1. Ich muss das haben. Und nein, jetzt wird es natürlich auffallen, dass ich zwei Bücher geklaut habe. Aber ich muss mir das jetzt angucken. Dieses Necronomicon. Ja, bc.de. Wo ist es denn? Ach, das sind beides Questgegenstände? Boah, wie sieht das denn aus? Oh je, oh je. Das sieht ja richtig brutal aus. Okay. Okay, das könnten beide sein. Und beide sehen crazy aus. Okay, ich wundere mich jetzt doch nicht, dass dir die Bücher weggesperrt haben. Die sehen schon irgendwie satanistisch aus. Also die sehen nicht... Nicht aus wie freundliche Bücher. Okay, aber ich hab's. Und ich muss jetzt einmal quatschen mit Bruder Nevelas. Okay, der ist in der Bibliothek. Das passt. Der Bruder Nevelas kriegt das. Ich hab zwei davon. Ähm, dann gehen wir jetzt runter. Wir haben jetzt keinen Schlüssel, leider. Aber warte. Gucken wir uns das mal an. Oder ich... Ne, ich hab's mir, glaube ich, sogar schon angeschaut. Jetzt gehen wir runter. Und klauen Wein. Herausgerissene Bugseite. Checkpoint. Das ist die siebte von zehn. Ich sag's euch, Leute. Nur noch drei. Und dann schaffen wir es. Und wenn ich bei neun wirklich stehen bliebe, dann würde ich's, glaube ich, googeln. Ich meine, wenn dann eine Seite fehlt, ist ja auch doof. Und wenn ich wirklich das ganze Kloster auf den Kopf stelle und das Buch... Äh, die Buchseite auf Teufel komm raus nicht finde, dann würde ich's, ähm, schon drauf ankommen lassen. So, jetzt treff ich mich hier eigentlich mit jemandem. Ich glaub hier, oder? Da ist er ja. Hi. Grüß dich. Joachim. Da bin ich. Da bin ich. Du kommst zu spät. Wir würden es nicht rechtzeitig zurückschaffen. Komm morgen wieder. Aber gleich nach der Vespa. Was? Was? Okay. Berichte Bruder Johann vom Diebstahl des verbotenen Buches. Leg dich schlafen. Ähm. Ja, dann glaube ich jetzt morgen wieder, ja? Joachim. Aber ich seh das hier nicht, ich seh das hier nicht drin. Hol das Fass. Ich seh das hier nicht, nee, dass ich mich mit ihm wieder treffen kann. Wo warst du denn schon überall? Ich kann dir sicher helfen. Im Schlafraum sind es zwei. Im Schlafraum sind es zwei. Okay, im Schlafraum habe ich jetzt eins gefunden. Das ist gut. Dann finde ich noch eins im Schlafraum. Dann sind wir bei acht. Der Punkt ist, äh, ich weiß gar nicht, wo der Abt oder der Oberboy oder wer auch immer, wo der sein Büro hat. Ich meine, da kann ich mir ja irgendwie einen Schlüssel suchen und alles. Ich habe jetzt Dietrich und sowas, aber sonst weiß ich gar nicht, wo das ist. Wo ich zu dem sein, zu dem sein Raum hin soll. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, vielleicht ein bisschen zu schlafen. Heinrich braucht auch Schlaf und diese Nacht klauen wir nichts. Und ich habe mich wirklich sehr viel herumgeschlendert. Der Punkt ist, ich werde den Schlafraum nochmal auf den Kopf stellen müssen, aber ich glaube, es ist laut, wenn ich hier, äh, Schlösser knacken nachts. Warte mal. Heimlich töten, Alter. Ich kann eigentlich alle hier heimlich umbringen. Ja, wenn ich jetzt aber schlafen gehe, äh, Heinrich braucht aber ein bisschen Energie. Es geht ja schon irgendwie um drei Uhr nachts los oder so. Der muss ein bisschen schlafen. Ähm, ich würde mich nachts gerne noch ein bisschen mehr umschauen. Also wir müssen uns einmal im Schlafraum noch umschauen, nach einer Buchseite. Und ich muss vom Abt oder vom Chef das Büro finden. Ich war da in irgendwelchen Zimmern. Aber ob ich da richtig war, weiß ich nicht. Und ich muss dich mit dem einen treffen, um... Was hast du da an, Bruder? Das ist dein Kloster. Ups, ich hab gar nix an. Verpeilt. Sorry. Jetzt hab ich ja was an. Kann ich nochmal noch ein bisschen mehr schlafen? Kann ich vielleicht die Messe fair schlafen, aber dafür... Heinrich, mehr Energie, komm mal, bis elf. Boah, ich frag mich, ob das jetzt Stress gibt. Boah, ich frag mich wirklich, ob das Stress gibt. Warte mal, um wie viel Uhr gibt's Frühstück? Aber ich hab irgendwelche getrockneten Pilze gefunden. Okay, ich glaub, es reicht. Ich hab ein bisschen Parra, dass gleich einer herkommt und sagt, Was machst du? Du erfüllst nicht die Pflichten des Klosters. Mi, mi, mi. Jetzt kriegst du Stress. Und diesmal kriegen wir wirklich Stress. Und dann, den würde ich gar nicht haben. Okay, Heinrich steht auf. Ich träg in der Zeit ein Schlückchen Wasser. Wir missachten den Tagesplan. Genau. Oh, jetzt sind wir wenigstens ein bisschen weiter ausgeschlafen. Also, wie ist denn der Tagesplan nochmal? Ähm, geh in die Werkstatt von Nevelas. Ich glaub, ich muss mit dem Nevelas reden. Genau, mit dem muss ich quatschen, oder? Hier. Bring Bruder Nevelas das Buch. Okay, ich muss mit Bruder Nevelas reden. Ähm, warte. Ich schau mich hier noch ein bisschen um. Das sieht mir hier aus wie so Buchseiten. Aber wir sind im Kloster. Hier sieht alles Buchseiten mäßig aus. Äh, Steinpilz. Ich nehm mal ein bisschen was zu essen. Einfach nur, damit wir Essen haben. Komm, 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 komm. Einmal rum. Sehr schön. Alter, nix. Getrockneter Käse, Alter. Die haben alle nur Essen. Ähm. Wo komme ich hier raus nochmal? Ah, so, ich komm da raus. Ja, ja, machen wir wieder zu. Äh, dann gehen wir in die Werkstatt, oder? Jo, gehen wir in die Werkstatt, geben ihm das eine Buch. Dann hab ich eine Sidequest erledigt. Hier muss ich noch eine Buchseite suchen später. Aber ich glaub, wir gehen erstmal runter und berichten dem, was wir zu berichten haben. Leider weiß ich immer noch nicht auswendig. Ne, das sieht mir sehr unwerkstädtisch aus. Hier auch nicht. Das ist die Tür, die wir schon mal geknackt haben. Ähm. Jetzt laufen wir hier die ganze Runde. Da hätten wir einfach links abbiegen sollen. Essensräume. Ah, sehr schön. Endlich missachten wir mal nicht was. Dann lass mal kurz reden. Wo ist denn der? Chef. Mönch. Mönch. Noch ein Mönch. Ah, da bist du ja. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ähm. Reden wir erstmal über die Arbeit. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Äh, wir haben die Ringelblumenaufgüsse schon. Und ich werde hier wieder von der Mücke angegriffen. Der Lob sei Jesus Christus. Ähm. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ah, Gregor. Reden wir. Okay, jetzt sagen wir ihm, dass wir die Bücher haben, die er wollte. Vielleicht können wir dann den jetzigen Abt, wie auch immer er heißt, ich glaube Petrus oder Peter oder sowas, länger am Leben erhalten. Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tue so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ähm, mehr über die Novizen. Wie kommt man als Novize aus dem Kloster? Ich brauche nichts. Ich frage mal, wie man aus dem Kloster kommt. Wie kommt man als Novize aus dem Kloster? Was willst du denn da draußen? Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Aber falls du vernünftige Fragen hast, stell sie nur. Schade, ich hätte gedacht, der antwortet uns. Ja, du nimmst die Tür und so, aber man darf hier wohl nicht raus. Gefängnis und so. Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior. Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer des Priors unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Lass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. Okay, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Schön gespeichert. Äh, die Aufz spüre Pius auf. Ich habe herausgefunden, dass der Abt, äh, Aufzeichnungen über die Novizen angefertigt und unter Verschlüssel hat. Vielleicht enthalten sich hier Hinweise. Ich weiß, wer Pius ist. Er hat mich doch schon vergiftet. Er hat uns schon vergiftet. Ich bin mir safe sicher, dass, dass der, wie auch immer, der, der uns auch eingeführt hat. Keine Ahnung, wie der hieß. Konstantin oder sowas. Aber gut, wie es aussieht, sollen wir noch länger weitermachen. Also, der hat uns schon vergiftet. Wir wissen Bescheid. Jetzt soll ich hier ganz, ganz viel Alchemie machen. Will ich aber gar nicht. Aber draußen rumlaufen ist jetzt auch nicht das wahre, weil... Stress an jeder Ecke laut. Lass mich mal überlegen. Er gespeichert ist. Ähm, ja und ich muss das Buch aufspüren oder... Jus. Bericht der Johann vom Diebstahl des... Nein, das... Will ich eigentlich nicht. Und hier muss ich das Fass holen und ich treffe mich mit dem einen und verlorene Seiten suchen. Dann schaue ich mir noch mal... Mache ich noch mal einen Rundgang ums Kloster. In die Schlafräume sollte ich eigentlich auch gehen. So, hier brauche ich mich gar nicht umschauen. Hier muss ich, ey, als nächstes hin. Jetzt sind die dort. Als nächstes muss ich da hin. Ihr wisst ja, wie es ist. Das Leben im Kloster. So, mit dem wollen wir gar nicht reden. Zekator. Nein! Bruder? Wo warst du während der Messe? Weißt du denn nicht, dass die Heilige Messe das Fundament ist, auf dem dein Leben hier aufbaut? Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Du wurdest wo gesehen, wo du nicht hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Ähm, wenn der wüsste, dass wir das Kloster schon verlassen haben. Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Ich muss dich durchsuchen und sicherstellen, dass du nichts Unerlaubtes bei dir trägst. Eine Waffe? Hier? Im Kloster? Es ist mir gleich, woher oder warum du sie hast. Aber deine Absichten sind gewiss nicht ehrenhaft. Du konntest deine Probezeit als Novize nicht erfolgreich beenden. Hiermit bist du des Benediktiner Ordens verwiesen. Hinfort! Was? Wir sind rausgeflogen? Also ich kann den... Wow! Ich wusste, wer Pius ist. Wie geht's denn jetzt weiter in der Main Story? Ach, du Heiliger. Boah, was wir alles verkackt haben. Was ich alles verkackt habe. Ein Mensch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübben? Okay. Mach mal weiter. Boah, so viele Quests, die fehlgeschlagen sind. Ich kann jetzt trotzdem noch rein und trotzdem noch Piusplatten machen. Aber wie läuft jetzt die Main Story weiter? Äh, Antonius ist Pius. Und wie ich das jetzt mache, ist meine Sache. Ja. Der Punkt ist... Ähm... Ich werde neu laden müssen. Aber ist nicht so schlimm. Hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist meine nicht so schlimm. Wait, es wird die nächste Minute machen. Wie läuft jetzt. Und wie ist es, wenn du das jetzt.